Hier finden Tests unter Extrembedingungen statt. Die KRP Mechatec GmbH ist als Ingenieursdienstleister spezialisiert auf Tests und Analysen auf den Gebieten der Raumfahrt, der Luftfahrt, für experimentelle Forschungseinrichtungen und weitere Hightech-Branchen. Ein Alleinstellungsmerkmal? Das Unternehmen benutzt unter anderem Flüssichelium als Kühlmedium. So werden Tests unter kryogenen Bedingungen möglich. Bei bis zum Minus 269 Grad Celsius. Das sind extrem kalte Temperaturen, nur 4 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Ein Satellit im All zum Beispiel ist im Wechsel extrem kalten und extrem warmen Temperaturen ausgesetzt. Die Materialien, die dort verbaut werden und die Anwendungen, die müssen diesen extremen Umweltbedingungen standhalten, ohne dabei ihre Performance zu verlieren. Und genau das können wir hier testen. Tests in verschiedenen Bereichen führt die KRP Mechatec GmbH für ihre Kunden auch komplexe Analysen durch. Vor allem die Kombination aus FE-Simulation und Tests aus einem Haus bietet den Kunden aus der ganzen Welt einen echten Mehrwert. Denn das führt oft zu ganz neuen Problemlösungsansätzen. Das Engineering-Dienstleistungsunternehmen bedient damit sehr erfolgreich einen absoluten Nischenmarkt. Bei vielen Anfragen ist die KRP Mechatec GmbH der einzige Anbieter in ganz Europa, der die Untersuchungen durchführen kann. Die Testkonzepte werden dabei auf Kundenanforderungen maßgeschneidert. Sie sind oft so speziell, dass es dafür keine fertigen Anlagen zu kaufen gibt. Die KRP Mechatec GmbH entwickelt und baut deshalb die meisten ihrer Testvorrichtungen selbst. Die großen Testhäuser sind natürlich unsere Hauptkonkurrenten. Wir dagegen sind ein flexibler Entwicklungspartner für unsere Auftraggeber und entwickeln zusammen mit dem Auftraggeber aus unbestimmten Testanforderungen eine Testumgebung, um die Eigenschaften der Materialien und Produkte nachzuweisen. So hat sich die KRP Mechatec GmbH international einen Namen gemacht. Zum Beispiel als Entwicklungspartner für Projekte der Europäischen Weltraumorganisation ESA oder der Wasserstoffinitiative der EU. Das Unternehmen sitzt in Garching bei München auf einem attraktiven Forschungscampus. Von dort aus werden Kunden weltweit intensiv betreut. Wir haben viele internationale Kunden. Unsere wichtigsten Auslandsmärkte befinden sich in der EU, zum Beispiel in Frankreich, in Spanien oder in den Niederlanden. Wir bedienen aber auch Auftraggeber in den USA oder in Asien. Die KRP Mechatec GmbH. Ein modernes Familienunternehmen, mittlerweile in zweiter Generation, das in seiner Nische europaweit in weiten Bereichen konkurrenzlos ist.